Wenn die Zeit sich neigt, was habt ihr für ein Veranstaltungswochenende gemacht und was für ein Thema verbirgt sich da drin? Der Themenbereich Abschied nehmen, sterben, tot. Wir haben ihn aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet, mit einem Eröffnungsobjekt, Gedanken, Texte, Musik zu der Endlichkeit vom menschlichen Leben. Es hat einen Letzte-Hilfe-Kursgeber, einen Filmabend zum Thema und der Palmsundagsgottesdienst, wo wir das Thema feierlich nochmal abgerundet haben. Zwei ganz besonderige Gäste kommen aus dem Dützchen, aus Essen, Anne und Nikolaus Schneider. Nikolaus Schneider ist aber in der Schweiz nicht unbekannt. Er war Ratsvorsitzender von der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland. Ich habe das Ehepaar Schneider kennengelernt bei einer Erwachsenenbildungsveranstaltung vor vielen Jahren in Basel zum Thema Sterbehilfe. Die beiden sind sehr abschiedserfahren, durch eigene Krankheitserfahrungen, aber auch durch den Tod von ihrer jüngsten Tochter im blühenden Alter von nur 22 Jahren. Frau Schneider, was möchten Sie den Menschen mitgeben an diesem Abend? Dass Sie getrost leben und hoffnungsvoll sterben können, auch angesichts des Todes in seinen vielfältigen Variationen und Gesichtern. Was sind denn hauptsächlich Probleme, die kommen? Sind es vor allem Ängste, die man hat? Mit was müssen Sie umgehen? Tja, ich denke, der Tod tut manchmal verdammt weh, weil der schon einem auch andere Menschen raubt hier im irdischen Leben, die man eigentlich ganz dringend braucht für das eigene Glück, für die Beziehungen, mit denen man hier lebt. Und das kann man nicht verhindern. Man steht da und denkt, das ist gemein, egal ob man an Gott glaubt oder nicht an Gott glaubt. Wenn man an Gott glaubt, hofft man ja vielleicht auf ein Wiedersehen im Jenseits. Andererseits ist man dann besonders enttäuscht, wenn Gott nicht hört, wenn man sagt, Gott, ich brauche den, lass ihn mir und heil ihn doch. Wenn man nicht an Gott glaubt und denkt, es ist dann alles zu Ende und wir wären, was ich, Vogelfutter oder irgendwie Blumendünger, ist das ja noch viel schlimmer. Und angesichts dessen nicht die Augen zuzumachen und trotzdem hoffnungsvoll zu leben und zu sterben, das ist verdammt schwer. Und das, denke ich, dem müssen wir Menschen uns stellen. Herr Schneider, wenn der Moment kommt, gibt es ein gutes Sterben? Es gibt ein gutes Sterben. Und es gibt ein gutes Sterben, das ein gutes Leben zu Ende bringt. Sterben ist ja Teil des Lebens. Und eigentlich ist die entscheidende Frage, wie konzentriere ich oder wie führe ich mein Leben so, dass ich dann auch gelassen sterben kann. Und das ist möglich. Es gelingt nicht immer. Wir haben es auch nur begrenzt in der Hand, weil es gibt einfach Krankheiten, die uns auch die Würde rauben können, die uns zusetzen, die uns an unsere Grenzen führen. Das ist ja kein Spaziergang dann. Das ist schon nicht einfach. Aber es ist möglich. Und nach vielen Erfahrungen als Gemeindepfarrer auch, ich habe viele Menschen beim Sterben begleitet, war das etwas, was mich persönlich sehr getröstet hat. Um das mal platt zu sagen, ich weiß, es geht. Spendet man Hoffnung? Hört man vor allem zu? Versucht man Zuversicht zu geben? Nimmt man eventuell jemanden sogar auch einmal in den Arm? Liebe ist etwas, was Zuversicht geben kann? Also ganz wichtig ist, dass der Sterbende im Mittelpunkt steht. Es geht nicht darum, was ich ihm unbedingt geben will, sondern es geht darum, was er empfindet und was er braucht. Und da ist das erste Sensibelsein, Zuhören, Hinschauen, auf Signale achten, die manchmal auch versteckt kommen. Das ist ganz, ganz wesentlich. Und wenn er dann ein Stückchen von mir braucht, von meinem Glauben, von meiner Kraft, dann auch den Mut haben, das zu sagen und das zu geben. Aber die Grundaussage heißt, er steht im Mittelpunkt und nicht ich. Wie geht Frau Schneider mit ihren eigenen Endlichkeiten um? Ja, also ich denke, je älter man wird, desto mehr merkt man ja einfach auch, dass Weggefährten und Weggefährtin einem wegsterben. Das heißt, seit vielleicht so zehn Jahren oder so merken wir die eigene Vergänglichkeit ja auch sehr. Da muss ich schon sagen, dass gerade weil wir erleben mussten, dass unsere Tochter mit 22 gestorben ist, dass ich da eigentlich so dieses Gefühl habe, ich hatte ein tolles Leben und wenn ich morgen sterben müsste, sterbe ich nicht. So mit diesem, ich habe so viel verpasst und hätte ich doch. Also das gibt mir eine große Gelassenheit. Wie stellt man sich als Betreuender diesem Thema und wie sollen sich Menschen, die davon betroffen sind, damit dieser Situation stellen? Also ich würde als erstes immer sagen, Achtung, mach das nicht zum Überthema, sondern lebe ein bewusstes Leben, bei dem du zu dir selber kommst. Dass du eine Haltung entwickelst zu dir selber, aber auch zum Leben, zu den Menschen, mit denen du zusammen bist. Und dann wirst du immer an Punkte kommen, wo du merkst, das Leben ist begrenzt. Und dann wirst du auch im Leben schon Fragment sein und einüben, wie man mit dieser Grundbedingung des Lebens, dass es nämlich begrenzt ist, wie man mit dieser Grundbedingung leben kann. Damit, wenn es darauf ankommt, wir auch eine entsprechende Haltung haben. Welchen Satz gebraucht Pfarrer Schneider, wenn es darum geht, diese Hoffnung zu spenden? Der Satz heißt, du bist ein von Gott geliebtes Kind und musst nicht alles alleine schaffen. Du wirst begleitet, verlass dich drauf. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!